Spitzelgrüße aus Wien, die verratene Republik, unser Thema heute. Guten Abend bei mir im Zentrum. Es geht um Geheimnisverrat, Tarnen und Täuschen. Im Mittelpunkt ein Trio, das die österreichischen Geheimdienste unterwandert haben soll. Ägister Ott sitzt in U-Haft, die anderen beiden, Martin Weiß und Jan Marsalek, vermuten die Behörden in Dubai und Russland. Für alle drei gilt die Unschuldsvermutung. Der Spionagekrimi erschüttert Österreichs Politik. Der nationale Sicherheitsrat tagte, streng geheim natürlich. Offen hingegen geben sich ÖVP und FPÖ gegenseitig die Verantwortung an der Staatsaffäre. Die Kampfzone, das Innenministerium. Was bedeutet das alles für die Bürger und Bürgerinnen des Landes? Es geht um lückenlose Sicherheit. Die Politik verspricht lückenlose Aufklärung. Wien, schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs ein Drehkreuz für russische Spione. Doch die aktuelle mutmaßliche Spionageaffäre legt eine neue Dimension nahe. Wie sehr sind Österreichs Geheimdienste von ihren russischen Kollegen unterwandert? Ich glaube, dass es tatsächlich aufgeklärt gehört, nämlich auch die politische Verantwortung für die Zerstörung des Geheimdienstes. Die Schaffung eines neuen unter FPÖ-Ägide mit Ägister Ott in führender Rolle, das alles sollte man aufklären. Gerade im Fall Ägister Ott und alle anderen anhängenden Verfahren sehen wir, dass jede Spur zur ÖVP führt. Ich lasse mir das nicht länger sozusagen erklären, dass ausgerechnet die FPÖ die Heimat schützen will. Und gleichzeitig sind sie beim größten Verrat an Russland. Nicht nur irgendwo hinten dran, sondern vorne mit dabei. Es gibt drei Geheimdienste in Österreich. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, kurz die SN, ist der Inlandsgeheimdienst. Er ist dem Innenministerium unterstellt. Der zweite ist das Heeresnachrichtenamt, das dem Bundesheer und damit dem Verteidigungsministerium angehört. Das HNA beschafft, bearbeitet und wertet Informationen über das Ausland aus. Diese dienen als Grundlage der Entscheidungen der Bundesregierung. Auch der dritte Geheimdienst, das Abwehramt, ist Teil des Bundesheeres und hat die Aufgabe, seine Soldaten, Güter und Operationen zu beschützen. Inwiefern gefährdet die aktuelle Spionageaffäre die Arbeit aller drei Geheimdienste und damit die Sicherheit Österreichs? Das diskutiere ich mit unseren Gästen. Guten Abend, Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur und ehemaliger Innenminister. Dieter Bacher vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung, Universität Graz. Paul Schliefsteiner, Leiter des österreichischen Zentrums für Nachrichtendienst und Sicherheitsforschung. Ulla Kramer-Schmidt, Investigativjournalistin ORF. Und Julian Hessenthaler, Produzent Ibiza-Video und ehemaliger Sicherheitsberater bzw. Privatdetektiv. Auf ORF.ON können Sie unter debatte.org.f.at im Zentrum debattieren. Ihnen allen einen guten Abend. Herr Bacher, warum ist Österreich ein Schlaraffenland für Spione und vor allem für russische Spione? Gut, man könnte sagen, dass das eine gewisse Tradition hat. Das sehen wir bei unseren Forschungen zum Kalten Krieg, die wir durchführen. Dass Österreich hier schon sehr lange ein Platz ist, wo der für Dienste aus Ost und West eine wichtige Rolle spielt. Natürlich auch für die sowjetischen bzw. jetzt russischen Dienste. Und der sich durchaus als Ort bewährt hat, sage ich jetzt mal, wo man Informationen sammeln kann, wo man mit seinen Leuten Kontakt halten kann. Und wo man natürlich auch gewisse Zugänge im Land selbst hat. Und warum? Vor allem für russische Spione? Gut, soweit wir das sehen, gerade auch in der Zeit des Kalten Krieges, also zu Sowjetzeiten, war Österreich quasi, könnte man sagen, für die sowjetischen Dienste und auch ihre Bruderdienste aus den Warschauer Paktstaaten ein wichtiges Tor zum Westen. Hier hat man Operationen im Westen vorbereiten können. Man hat sich mit Kontaktleuten aus dem Westen treffen können. Und man hat hier auch vieles, was man im Westen machen wollte, vorbereiten können. Jetzt gibt es ja einen Forschungsschlüssel, weil Siegfried Bär hat im Interview in der Zeit und es gibt auch einige andere, die immer davon sprechen, dass es 7000 Agenten gibt in Österreich. Stimmt diese Zahl oder was gibt es da für einen Schlüssel? Was kann man sagen, wie viele es gibt? Das Problem ist, so eine Zahl zu quantifizieren, ist in meinen Augen sehr, sehr schwierig. Also das können wir eigentlich nicht einmal für die Zeiten machen, in meinen Augen, wo wir wirklich zuverlässige Dokumente dazu haben. Also diese Zahl zu quantifizieren, da fehlen uns wirklich eigentlich die Unterlagen dazu, selbst für die historische Situation. Es gibt den Schlüssel, dass man sagt, okay, in den sogenannten Legalresidenturen, also das sind die Stützpunkte, wenn man so will, die an einer Botschaft sind, da wird manchmal der Schlüssel von einem Drittel angenommen, dass man sagt, okay, ungefähr ein Drittel des Personals hat auch nachrichtendienstliche Aufgaben, aber auch der Schlüssel ist maximal ernährungswert. Ein Drittel in den diplomatischen Botschaften. Genau, das sind die Legalresidenturen. Ja, Herr Peschorn, Sie haben als Innenminister übernommen von Herbert Kickl, dann waren noch 13 Tage der Eckart Ratz als Innenminister und Sie haben dann übergeben an den Innenminister Karl Nehammer. Jetzt hat Herbert Kickl im Untersuchungsausschuss diese Woche gesagt, der Zustand des BVT und des Innenministeriums war ein dritter Weltladen. Ganz so schlimm war das Innenministerium beieinander und das BVT. In welchem Zustand, würden Sie sagen, haben Sie das Innenministerium und das BVT übernommen? Ich habe das Innenministerium natürlich in einen Zustand übernommen, in dem es fähig war, die Aufgaben, die einem Ministerium obliegen, wahrzunehmen. Aber das, was jeder Mann und jede Frau damals gesehen hat, war, dass das BVT in einem Zustand war, wo man über eine Reform es in eine neue Zeit führen musste. Und diese Reform hat ja Herbert Kickl als Innenminister begonnen, das muss man auch sehen. Und ich habe dann diese Reform fortgeführt und mich selber an die Spitze dieser Reform gesetzt, weil es mir wichtig war. Und wichtig war, einen Dienst zu haben, der in der Lage ist, den Rechtsstaat zu schützen. Und wir reden davon, dass wir Maßnahmen, also auch sogenannte Befugnisse brauchen und Menschen, die diese Befugnisse ausüben können, um unseren Staat zu schützen vor Angriffen. Und deswegen ist ein Verfassungsschutz, ein Staatsschutz so wichtig. Und das ist dann letztendlich, unsere Reform ist dann letztendlich 2020, 2021 in die Umsetzung gegangen. Und deswegen reden wir heute nicht vom BVT, sondern wir reden vom DSN. Also in einer ganz anderen Einrichtung, die sicherlich auf einem guten Weg ist, aber dieser Weg ist noch nicht fertig. Der mutmaßliche Spionik ist der Ort, wurde das erste Mal suspendiert, 2017. Und die Frage, die sich viele stellen, war jetzt der mutmaßliche Spion Ott so schlau oder war das System so schlecht? Ich glaube, ich bin kein Spionage-Experte. Ich bin ein Experte vielleicht für rechtliche Vorgänge. Aber eines muss man sehen, Spionage und Gegenspionage, Manipulation von Menschen, das gibt es wahrscheinlich so lange, solange es Menschen sich zusammengefunden haben, um sich zu organisieren und letztendlich dann ein Staatsgebilde zu bauen. Und deswegen muss man auch immer wieder schauen, ob etwas passiert und wenn etwas passiert. Also es geht um Aufklärung. Und wenn etwas aufgeklärt wird, dann muss man auch hier mit der nötigen Konsequenz, das heißt auch mit Strafrechten und anderen Mitteln, hier die Verantwortlichkeiten feststellen. Ich glaube, das ist immer wichtig. Dass es passiert, kann man nicht verhindern. Aber man kann versuchen, immer wieder engmaschiger das Netz, dass man es auffindet, zu machen. Haben Sie Ott kennengelernt? Ja. Herr Schliefsteiner, dass wir mal offiziell sagen, es heißt Nachrichtendienste, aber umgangssprachlich ist das dasselbe wie eben oder das gleiche wie eben Geheimdienste. Sicherheitskrise. Wie würden Sie sagen, es geht eben um dieses Spionagetrio, um dieses Mutmaßliche? Wie groß würden Sie diese Sicherheitskrise dadurch einschätzen? Und wie schaut es mit der Reputation unserer Dienste im Ausland aus? Ja, es ist ja schon angesprochen worden, beziehungsweise angeklungen. Grundsätzlich das, was wir jetzt sehen, was jetzt aufbricht, betrifft die Vergangenheit. Sozusagen Egister Ott wurde 2017 aus dem BVT wegversetzt. Da sind dann einige Punkte offen, auf die wir auch heute wahrscheinlich zu sprechen kommen werden. Und auch Martin Weiß ist schon lange nicht mehr in Amt und Würden, wie man so schön sagen will. Das heißt, es ist jetzt einmal ein Thema, das schwere Erbe des BVT. Ob sich das jetzt auf den aktuellen Dienst auswirkt, wird sich von einigen Faktoren abhängen. Und man muss eben sagen, also die Frage ist halt, es geht ja immer sehr viel um Vertrauen. Sowohl um das Vertrauen der Bevölkerung als auch der Partnerdienst im Ausland. Und die Frage ist, können das Ministerium, können der Innenminister und können die DSN jetzt ihren Partnerdiensten vermitteln, dass sozusagen das alles Themen der Vergangenheit sind und durch die Reform, die der Herr Dr. Pescher schon angesprochen hat, jetzt diese Dinge nicht mehr passieren können. Aber haben wir eine Sicherheitskrise? Ich würde jetzt nicht sagen, eine unmittelbare Sicherheitskrise, vor allem was jetzt die Bedrohung der Bevölkerung betrifft. Aber wir haben eben, sagen wir mal, eine gewisse Krise der Wahrnehmung auf jeden Fall. Und das könnte sich dann wieder zu einer Sicherheitskrise im weiteren Sinne auswachsen, wenn sozusagen das gerade wiedergewonnere Vertrauen wieder verloren geht, respektive das Vertrauen der Bevölkerung vielleicht auch schwindet. Frau Ole Krammer-Schmidt, jetzt seit 2020, also seit 2017, war er am Radar von der Spionage, der Herr Ott. Seit 2020 wird massiv ermittelt. Es gibt acht Ermittlungsverfahren. Es gibt 30 Beschuldigte. 500 Personen wurden schon einvernommen. Was ist eigentlich die Frage, die sich die Journalistinnen und Journalisten wie Sie am häufigsten stellen? Also konkreterweise muss man sagen, er ist seit 2017 eigentlich auf dem Radar gewesen, weil es da die ersten Wahrundungen gegeben hat. Aber um auf die Frage einzugehen, der Agentenkrimi ist sicher spannend, aber ich bin da jetzt bei meinen Vorrednern. Ich finde, man muss klären, welche Mechanismen versagt haben, dass jemand fast zehn Jahre lang Daten absaugen kann, ohne dass es in der Behörde auffällt. Und diese Mechanismen untersuchen und dafür sorgen, dass es künftig nicht mehr passiert. Was weiß man und was weiß man nicht? Was weiß man? Man weiß, es sind laufende Ermittlungen. Die Vorwürfe sind, dass Egisto Ott seit 2015 laufend personenbezogene Daten, die keinen dienstrechtlichen Hintergrund hatten, abgesogen hat. Mutmaßlich, dass er Mittäter hatte. Einer war sein ehemaliger Vorgesetzter, Martin Weiß. Ein IT-Experte, ein weiterer Mitarbeiter eines Landesverfassungsschutzes. Und in weiterer Folge, das war der Auftraggeber Jan Marschalek, jener ehemaliger Vorstand des 2020 kollabierten Wirecard-Konzerns. So viel ist der Ermittlungsstand derweil. Was weiß man noch? Egisto Ott soll technische Geräte 2022 in Wien an russische Agenten übergeben haben. Man weiß nicht, was auf den Geräten drauf ist. Eines soll ein verschlüsselter Laptop gewesen sein. Es sind drei Handys auch dabei übergeben worden. Ja, das ist so ungefähr zusammengefasst der Stand der Ermittlungen. Was weiß man nicht, wie groß das Netzwerk ist? Man weiß, das ist der Punkt, man weiß nicht, ob noch weitere Personen eingebunden sind. Und man muss auch dazu sagen, dass sozusagen der Durchbruch bei diesen Ermittlungen eigentlich mit dem Hinweis aus Großbritannien gekommen sind. Das ist fast immer so aus dem Ausland. Herr Hessenthaler, der Falter hat über Sie geschrieben oder Sie beschrieben, Sie waren Privatdetektiv, horchten Konzerne aus und schleusten sich bei Zigarettenschmugglern ein. Und gemeinsam mit einem Wiener Anwalt haben Sie sich der Methoden von Geheimdiensten bedient und das Ibiza-Video inszeniert. Die türkis-blaue Regierung wurde damit gesprengt. Sie haben früher auch als verdeckter Ermittler für das Bundeskriminalamt gearbeitet. Und die Ermittler haben bereits vor zwei Jahren eine Liste mit 309 Namen erstellt, wo eben Ott offenbar recherchiert hat. Und da war auch Ihr Name dabei. Wissen Sie, wie Sie auf die Liste kommen? Ich kenne Teile des Akts, die den Herrn Ott betreffen. Und offenbar war es so, dass der Herr Ott ein gewisses Interesse an den Vorgängen zu Ibiza entwickelt hat, laut seinen Chat-Protokollen, die meiner als erachtens nach wahrscheinlich der Grund dafür sind, warum er mich und einige andere involvierte oder angeblich involvierte abgefragt hat oder abfragen wollte. Ich weiß es nicht, das steht nur auf der Liste. Wie gesagt, mein Name und der Name mehrerer anderer Personen, die in einschlägerber Berichterstattung aufgetaucht sind. Es gab offenbar Kontakte zu FPÖ-Politikern in dem Zeitraum, so wie dem Herrn Jenewein. Auch da lässt sich vermuten, dass da Interessenslagen möglicherweise bestanden haben. Aber konkret weiß ich es nicht. Ich bin noch nicht informiert worden seitens der Staatsanwaltschaft Ähnliches. Ich glaube, der Herr Dr. M., besagter Anwalt, hat Akteneinsicht bekommen jetzt vor kurzem, in einen Teil des Akts betreffend Abfragen seiner Person. Aber ich kenne keine Details. Haben Sie Herrn Ott und Herrn Marschallek, kennen Sie die persönlich? Auch das entgegen Einschlägerber Berichterstattung ist falsch. Ich kenne weder den Herrn Marschallek noch den Herrn Ott. Wie leicht oder wie schwer ist es, an Daten von geheimen Datenbanken zu kommen? Das ist wahrscheinlich Auslegungssache oder Interpretationssache. Mein Eindruck aus der Zeit, wo ich Kontakt zu österreichischen Behörden hatte, war, dass die Behörden erstaunlich lax umgehen mit Informationen. Gerüchte halber soll es regelmäßig immer wieder vorgekommen sein, dass Informationen aus dem speziellen Polizeiapparat an diverse private Seiten gegangen sind. Das mag damit zusammenhängen, dass speziell Detekteien in Österreich meistens durch Ex-Polizisten oder Ex-Sicherheitsmitarbeiter besetzt sind. Da kann man vermuten, dass da irgendwelche alten Seilschaften vielleicht genutzt werden. Aber generell ist der Eindruck, im Gegensatz zu anderen Behörden, mit denen ich Kontakt hatte, dass österreichischen Behörden bis zu einem gewissen Grad eine Tauschmentalität vielleicht herrscht. Also wo andere Behörden wohl eher finanzielle Vorteile bieten oder anderweitige, scheint mir persönlich, und das ist nur mein persönlicher Eindruck, den ich jetzt nicht irgendwie untermauern könnte, aber rein gefühlsmäßig ist so zu sein, dass zumindest bei gewissen Seiten ein gewisser Hang zum beidseitigen Austausch bestand. Herr Schliefsteiner, die Verdächtigen Ottweis und Maserleck, was haben solche Menschen aus Ihrer Sicht, was sagt da die Geheimdienstforschung, für eine Motivation? Da gibt es ja das sogenannte Mais-Modell. Was heißt das, was bedeutet das? Mais steht eben für die englischen Money Ideology, Kompromat und Ego. Also Geld, Ideologie, Kompromat ist halt Erpressungspotenzial und dann eben Stolz, Ego. Und soweit wir es bis jetzt wissen, dürfte gerade bei Ägister Ott und Martin Weiß, so sich denn die Vorwürfe sozusagen dann nachweisen lassen, vor allem eben Ego und Geld eine Rolle gespielt haben. Bei beiden hört man, da ging es auch um enttäuschte Erwartungshaltung, was jetzt Karriere in der Behörde oder im Ministerium betraf, die sozusagen da eine gewisse Anfälligkeit verursacht haben dürften. Es dürfte eben auch Geld geflossen sein. Und man muss dann dazu sagen, sobald sozusagen diese Aspekte gegeben sind, also vor allem die Annahme von Geld, habe ich dann diesen Kompromatanteil, also die Erpressbarkeit auch, weil du hast einmal genommen, vielleicht haben wir das dokumentiert, wenn du jetzt nicht weiter mitspielst, dann sozusagen werden wir vielleicht jetzt deinen Vorgesetzten stecken oder sonst was. Den ideologischen Anteil würde ich bei beiden bisher noch nicht so sehr sehen. Herr Bacher, wie werden die Menschen angeworben, wenn sie auf den Lebenslauf etc. schauen? Wie schaut das aus? Gut, da haben wir ja ein paar Beispiele, durchaus Beispiele, die an den aktuellen Fall durchaus erinnern, wenn man sich zum Beispiel die Spionage-Affäre, wo die tschechoslowakische Staatssicherheit es in den 60er Jahren geschafft hat, im Innenministerium durchaus ein paar Quellen zu gewinnen. Wenn man sich die Vergleichsfälle ein bisschen anschaut, sieht man, es geht, wie der Kollege schon gesagt hat, sehr oft über die Geldschiene. Es geht auch sehr oft über die Egoschiene. Das heißt, dass man sich Leute sucht, die, ja, wenn man das Gefühl hat, okay, der fühlt sich vielleicht ein bisschen hintangesetzt, macht nicht die Karriere, die er machen möchte, den kann ich dann ein bisschen mit Versprechungen ködern. Dann wird einfach der Kontakt nach und nach entwickelt. Man schaut, kommt er an die Sachen heran, macht vielleicht ein paar kleine Tests, kommt er an das heran, was ich brauche, hat er diese Zugänge, wie geht das, funktioniert das, ist er zuverlässig, wie sind die Informationen, die er liefert. Und dann wird entschieden, wie der Kontakt weiterentwickelt wird in der Regel. So geht das vonstatten. Herr Pischon, jetzt ist es ja nicht so einfach. Offenbar haben wir ein Dilemma, was die Gesetze betrifft. Wir haben jetzt schon vorher gehört, es wurde ja der Tipp von ML5 gegeben in dem Fall. Und bei vielen anderen ist es auch so. Aber das ist ja offenbar ein Dilemma, dass man nicht weiß, wann quasi diese drei Gesetze widersprechen sich ein bisschen. Das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, niemand wird hier und auf der Straße außer Strei damit ein Problem haben, wenn man sagt, wir müssen den Staat schützen. Jeder, also der Begriff Rechtsstaat ist in aller Munde und jeder ist eigentlich stolz darauf, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Jeder will auch die Vorzüge zu Recht eines Rechtsstaates genießen. Das bedeutet nämlich, dass die gesamte staatliche Verwaltung und die Justiz, also auch die Rechtsprechung, nur aufgrund der Gesetze stattfinden kann. Aber diesen Rechtsstaat, wenn wir den begreifen als ein Haus, dann gilt das Haus nicht nur von außen zu schützen, sondern auch von innen. Und für diesen Schutz, für diese Aufgabe des Schutzes von außen und von innen, außen der Schutz ist ein militärischer beispielsweise, aber von innen geht es natürlich darum, solche Angriffe, die innen passieren können, auch als Aufgabe wahrnehmen zu können. Und für die Aufgabenwahrnehmung brauche ich immer Befugnisse. Also ich darf etwas tun. Es ist wie ein Tool, neudeutsch gesagt, oder wie ein Werkzeug. Wie viel Macht hat ein Innenminister? Ein Innenminister hat vor allem Verantwortung, genauso wie jedes andere Organ der Republik Österreich, vom sogenannten kleinen Finanzbeamten, der kleinen Polizisten bis hinauf. Und die Verantwortung spiegelt sich letztendlich in der Aufgabenwahrnehmung, wo ich zuletzt war, wieder. Der hat viele Aufgaben, so wie jeder andere Minister, jede andere Ministerin. Und die Aufgabe, die halt besonders Bedeutung hat, auch für das Subjektive der Menschen, ist Sicherheit. Einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit zu schaffen. Aber lassen Sie mich noch kurz zurückkommen auf die Aufgabe des Schutzes, des Staates, seiner verfassungsmäßigen Einrichtungen. Bedarf Befugnisse und Werkzeuge. Und wenn wir an Handwerkern denken, dann ist es gut, wenn ein Installateur, der das zusammenzulöten hat, den Lötapparat hat, aber er soll damit auch umgehen können. Also Sie brauchen auch die Menschen, die mit dem Werkzeug, das ihnen zur Verfügung gestellt wird, dass sie die Aufgabe erfüllen können. Und da haben wir schlicht und ergreifend eine ewige Baustelle, die immer wieder neu beginnt. Wir müssen schauen, dass unser Staat auch die Menschen hat, die diese Aufgaben mit den Befugnissen bewältigen können. Das passiert bei der DSN jetzt. Das ist ein wichtiger Aspekt des Recruiting des Personals, der Auswahl, aber vor allem auch das Daraufschauen, dass die Menschen vertrauenswürdig sind. Da gibt es eine viel stärkere Überprüfung der Vertrauenswürdigkeit. Aber das, was fehlt derzeit ist, dass wir ein zeitgemäßes Werkzeug, einen zeitgemäßen Werkzeugkoffer haben. Es geht nicht um die Ausweitung der Befugnisse, was immer so als Schreckgespenst hingestellt wird. Es geht darum, dass man zeitgemäße Befugnisse hat. Sie können jemanden, der telefoniert mit dem normalen Festnetz, den können Sie überwachen. Aber die Menschen, die etwas zu verbergen haben oder verbergen wollen, telefonieren oder kommunizieren schon lange übers Internet, über Messenger-Dienste. Und diese Befugnisse zur Überwachung in bestimmten Anlassfällen, die fehlen derzeit. Also darum geht es. Wir fahren quasi mit der Postkutsche nach Linz weiter, während andere schon mit dem Auto und mit dem Zug nach Linz fahren. Das geht sich, glaube ich, für jeden normalen Menschen nicht ganz aus. Also das heißt, Sie wären dafür, weil das geht dann nur mit dem Bundestrojaner? Nein. Da hat doch gestern sehr erfreulicherweise die Frau Bundesministerin für Justiz gesagt, das muss man sich anschauen, das ist ja letztendlich ein wichtiges Tool, eine wichtige Befugnis für die Strafjustiz, ohne, also man kann natürlich, man soll die Strafen sicherlich verschärfen für Spionage, aber wenn man nicht die Fähigkeiten hat, die Umstände aufzuklären, dann wird niemand strafbar werden, auch wenn ich eine stärkere Strafe androhe. Und ich habe gestern, hat die Frau Bundesministerin für Justizia gesagt, sie ist dafür, dass hier die Befugnisse erweitert werden, aber natürlich im Rahmen des Zulässigen, da hat der Verfassungsgerichtshof schon im Jahr 2019 hier ganz klar skizziert, wie das gehen kann und das muss man jetzt in einer technischen Form umsetzen. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass das auch bald kommt, jetzt durch diese Diskussion. Man soll ja immer die Dinge auch als Vorteil sehen. Wenn ich da kurz einhaken darf, grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, ich habe das Bild verwendet, sozusagen ich darf Briefe öffnen, aber Telefone nicht abhören. Sie haben jetzt die Postkutsche verwendet und ich glaube, dass es an sich ein korrektes Argument ist, zu sagen, man muss mit der Zeit gehen und sich anpassen. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig nachzuvollziehen bin, sowohl als der Forscher als auch als Staatsbürger, ist folgender Umstand, diese Forderung ist nicht neu. Vorher ist sie vor allem vorgebracht worden im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Eigentlich, sagen wir mal, gebetsmühlenartig fast schon. Ich tue mir aber ein bisschen schwer, jetzt haben wir es und wir haben es schon angesprochen, eine Situation, wo rauskommt, dass zumindest seit 2017 es dem Ministerium, den Behörden nicht in der Lage waren, einen Informationsabfluss auch nur festzustellen und zu unterbinden. Also diese offenbar widerrechtlichen Abfragen, wo sie um Weitergabe von teilweise gesperrten Meldeadressen von Dissidenten der Russischen Republik oder auch Föderation oder auch sozusagen überläufern Deserteuren der dortigen Dienste ging. Und das ist, also wir wissen, 309, 380 Abfragen waren es. Es ist bis jetzt eigentlich nicht geklärt, aus meiner Sicht, warum das keinem aufgefallen ist. Direktor Griedling hat bei Armin Wolf gesagt, er konnte das nicht feststellen, weil das war Aufgabe des Ministeriums, das zu überprüfen. Und jetzt blöd gesagt, sagt man, jetzt hätten wir gerne bitte noch mehr Zugänge. Das ist, wie gesagt, für mich, also nicht, dass ich grundsätzlich gegen die Forderung bin, aber als Staatsbürger ein bisschen schwer zu stehen, weil was sollte ich nicht Ordnung machen. Also das heißt, zuerst analysieren. Ja, Moment, da sind zwei Dinge aus meiner Sicht vermischt, die nicht zusammengegangen. Das eine, was Sie replizieren, betrifft sozusagen die Tätigkeit in dem Amt und das war das BVT. Wir reden hier nicht über die DSN, sondern wir reden über eine Zeit, das BVT 2017. Und die Dinge sind ja zum Anlass genommen worden, eine Reform zu machen und das jetzt anders aufzustellen. Aber da geht es auch nicht darum, dass man neue Befugnisse für diesen Bereich braucht, sondern was Sie monieren, darüber kann man aber leider hier nicht diskutieren, weil ich finde, alle Dinge können halt nicht öffentlich diskutiert. Dann ist die Frage, hat hier die Fach- und Dienstaufsicht funktioniert? Also ein Vorgesetzter hier ordentlich hingeschaut oder nicht? Das, was ich vorher gesagt habe, da geht es um die Frage von Befugnissen zeitgemäßer Ausprägung, um genau das zu tun, über was wir jetzt diskutieren, nämlich Angriffe gegen die Republik Österreich, ihre verfassungsmäßigen Einrichtungen sozusagen auszuspähen, um dann auch rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, nicht aufklären, sondern sogar den Angriff zu verhindern. Also es geht um das Vorfeld und da ist halt die Frage, ob ich hier nicht mit der Zeit gehen sollte und auch in der Lage sein sollte, ein über Signal oder über WhatsApp geführtes Telefonat abzuhören. Wenn ich da kurz einhaken darf, da haben Sie schon recht und Sie haben vollkommen recht, dass es sozusagen die DSN jetzt bis jetzt Gott sei Dank nicht betrifft. Das wird ja sozusagen, schaut ja auch so aus. Nur das muss ich jetzt schon auch sagen, eben auch aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger, die sich vielleicht nicht täglich damit auseinandersetzen, das Bild, dass der österreichische Staatsapparat und ich stehe dem jetzt nicht in irgendeiner Form verhängig, ist jetzt kein gutes. Und jetzt unmittelbar herzugehen und zu sagen, naja, jetzt haben wir den größten Spionageskandal, sozusagen, wie es jetzt formuliert wird, in den letzten Jahrzehnten der Zweiten Republik und zu sagen, naja, jetzt weiten wir das aus und das wird, also meiner Meinung nach, man müsste jetzt mal klarlegen, sozusagen, wie Sie sagen, was waren die Mechanismen, die versagt haben und ist das jetzt alles behoben, braucht es nur weitere Maßnahmen oder nicht und dann schauen wir und eins muss ich schon ansprechen, weil Sie jetzt gesagt haben, ja, es geht ja nur sozusagen um eine, wie gesagt, ich bin nicht grundsätzlich dagegen, aber die Sache ist schon auch, wir beschäftigen uns innenpolitisch seit Jahren mit geleakten Chats, die teilweise aus Ermittlungsakten oder sonst wo, wie auch immer, ja, ich weiß, das ist teilweise auch eine Taktik der Verteidigung, dass sie rausgeht und jetzt sagt man Bevölkerung, wir hätten jetzt gerne eine Ausweitung, für mich passt das vom Bild nicht zusammen, es ist vielleicht einfach der falsche Zeit. Aber Sie haben mir nicht zugehört, ich habe nicht von Ausweitern gesprochen, ich habe von Anpassen gesprochen. Ja, aber es ist faktisch eine Ausweitung. Nein, überhaupt nicht. Nein, das stimmt nicht. Nehme ich jetzt alle anderen jetzt mal mit Ihnen, was Sie dazu sagen, weil tatsächlich geht es ja auch darum zu analysieren, ist es ein individuelles Versagen, ist es ein systemisches Versagen, was sagen Sie? Für mich steht sich eine ergänzende Frage, gerade aus der historischen Perspektive heraus. Wir sprechen vom Sammeln von Daten, vom Gewinnen von Informationen und von dem, was dann daraus werden soll, Intelligence, das sind so die drei Ebenen, die man am Dienst hat. Was ich ein bisschen aus der historischen Perspektive sehe, das ist auch eine Frage, die sich auch natürlich in dem Zusammenhang immer stellt, ist gerade in einem demokratischen System auch immer die Kontrolle von solchen Aktivitäten, die Kontrolle von Diensten. Wird in der Regel in Deutschland oder auch bei uns über parlamentarische Kontrollorgane gelöst, die Amerikaner haben den sogenannten DNI dafür, den Director of National Intelligence. Und das ist für mich eine Komponente, die hier auch ganz wichtig hineinspielt, dass wir nicht nur über die Maßnahmen, über die Zugänge nachdenken, wie man an diese Daten, an die Intelligence schlussendlich kommt, die man erreichen will damit, sondern dass man auch überlegt, wie man solche Vorgänge, sage ich jetzt einmal, gut und sinnvoll und auch effizient im Auge haben kann. Sind die da gut aufgestellt in Österreich? Aus meiner Sicht durchaus. Also das kann man, ist jetzt von außen immer schwer zu beurteilen, wenn man nicht involviert ist. Aber ich sage einmal, prinzipiell von der Struktur her ist meine Einschätzung durchaus. Man kann vielleicht da und dort ein bisschen im Detail nachschärfen, aber die Prozesse hat man sich ja schon durchaus was dafür überlegt. Und ich denke mir, mit dem, das sollte man in diese, wenn man schon über solche neuen Zugänge, neue Möglichkeiten nachdenkt, sollte man diese Sache auf jeden Fall mitdenken. Ich bin ein bisschen bei Ihnen, weil ich habe so den Eindruck, die größte Fehlerquelle ist immer der Mensch. Und wenn man die Geschichte ansieht, dann sieht man, dass Egisto Ott nach seiner Suspendierung, nachdem die aufgehoben wurde und er an die Sicherheitsakademie versetzt worden ist. Er hatte seine Dienstmarke, mit dem er aufs Meldeamt spaziert ist und Leute abgefragt hat. Er hatte nach wie vor die E-Mail-Adresse des Innenministeriums. Er hatte seine alten Verbindungen, die er über die Jahrzehnte aufgebaut hat, auch als Verbindungspolizist in Ankara und in Rom. Und da muss man auch dazusagen, und es geht auch um die Führung, weil man hat bei Egisto Ott zu Hause klassifizierte Dokumente gefunden und nachdem es bei Beamten nach der Hausdurchsuchung im Zuge der Ermittlungen, nach der Hausdurchsuchung beim BVT 2018, hat man bei einem BVT-Beamten auch haufenweise Akten gefunden, die offenbar fröhlich aus dem BVT rausgetragen werden konnten, ohne dass sich irgendjemand darum gekümmert hat. Und ich glaube auch, dass solche Dinge vorher erst mal abgestellt gehören, wenn sie nicht schon abgestellt sind. Also bevor man sagt, jetzt aber. Aber das ist ja eine vollkommen absurde Diskussion. Das sind Themen, die sind in der Vergangenheit passiert. Sagen Sie einen Punkt aus dem, was Sie jetzt vorgebracht haben, das jetzt hier passiert ist, im Jahr 2024. Das sind Vorwürfe, die zu Recht erhoben werden, aus einem Strafakt, den ich nicht kenne, die die Jahre 2017, 2018 betreffen. Ich habe eben gesagt, ich hoffe, dass es gewohnt ist. Jetzt mit einer Organisation, die hervorgegangen ist, nach einer Reform, ist für mich nicht verständlich, wie die Argumentation hier lauten soll. Nein, aber dass die Überprüfung offenbar nach Zufallsprinzip, wer in welche Akten reinsieht, dass die noch immer so ist, dass sie sozusagen... Wer sagt das? Das war eine Anfrage ans Innenministerium, wer eigentlich überprüft, welcher Beamte in welches System hineinschaut. Und da gab es der Antwort zufolge, gibt es ein zentrales System und ein dezentrales. Und im zentralen System ist der Vorgesetzte zuständig. Und in diesem Fall hatten wir diese nachrichtendienstliche Zelle, wie die Ermittlungen sagen, zwischen Ott und Weiß, die waren in einer Linie. Also das hat offenbar nicht funktioniert. Das werden Sie nie ausschließen können. Das werden Sie nie ausschließen können. Davon lebt letztendlich. Wahrscheinlich werden die Experten sehen, Spionage. Dass man solche Gemeinsamkeiten findet und versucht, solche Zellen zu bilden. Es ist aber wichtig, im Rahmen des Nachrichtendienstes, dass man solche Dinge versucht aufzuklären und dann mit aller Härte gegen solche Vorfälle vorgeht. Das sind die Dinge, die international, habe ich gelernt, in Geheimdiensten, auch das Vertrauen zwischen den Geheimdiensten wiederherstellen. Ich fürchte, ich werde mich jetzt unbeliebt machen damit, aber weil Sie gerade Maßnahmen und Werkzeuge ins Gespräch bringen und ich ja bekanntlicherweise der Empfänger solcher Maßnahmen und Werkzeuge war einmal. Ja, ich verstehe den Ansatz, speziell des Innenministeriums, immer noch mehr Maßnahmen, mehr Rechten, mehr Werkzeugen zu verlangen. Auf der anderen Seite, wenn Sie die Rechte und Sicherheiten der Bürger ins Gespräch bringen, dann ist die Frage, die sich mir als Empfänger damals gestellt hat, was passiert bei rechtswidrigen Maßnahmen und Anordnungen. Sie haben, und auch wiederum, nicht um mich unbeliebt zu machen, aber das fällt in Ihre Zeit, um das mal, diesmal in einen Zeitraum zu versetzen, der Sie betrifft. Sie haben ZB, das Innenministerium, glaube ich, an die 130.000 Anschlüsse in Deutschland rechtswidrig abgegriffen. Wer hat das? Ich habe das. Nicht Sie. Sie haben aber Sie gesagt. Nein, nein. Sie haben, haben Sie gesagt. Nein, nein, nein. Sie das Innenministerium. So dem werfen Sie es vor, nur dass es... Nein, nein, ich werfe es überhaupt niemandem vor. Es ist auch überhaupt kein Vorwurf. Das ist vergangene Sache. Die Frage ist, was passiert dann im Umkehrschluss? Also wenn konsequenzlos praktisch rechtswidrige Maßnahmen erlassen werden können und dann halt es rechtswidrig anerkannt werden und das war es dann auch schon wieder, dann hat man halt, da hake ich dann ein auf meine Erfahrungen mit den Behörden, Behörden haben naturgemäß ein Interesse an Aufklärung, an Informationen, an was auch immer was und da wird halt gerne genutzt, was auch immer halt der Koffer hergibt und wenn man da einen Staatsanwalt findet, der das unterschreibt, dann hat man das mal und dann kommt irgendjemand halt in den Genuss von Maßnahmen, die vielleicht dann auch nicht unbedingt zutreffend oder auch nur rechtskonform sind und das ist halt dann immer die Problematik, glaube ich, wenn man danach schreit von Messengerüberwachung und etc., zumal gerade beim Fall EGIS dort, glaube ich, die Informationen kamen aus Messenger-Auswertungen. Also was die Briten hier geschickt haben, kommt aus Telegram-Auswertungen heraus. Das heißt, offenbar gibt es durchaus Möglichkeiten auszuwerten und ich glaube, kaum jemand ist so naiv zu glauben, dass Dienste untereinander nicht ihre unterschiedlichen rechtlichen Kompetenzen nutzt. Sie haben gar nichts verstanden. Es geht ja nicht um die Frage, was die Briten können. Es geht um die Frage, was die Republik Österreich und die Organe dürfen und können. Ja. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Sie behaupten da etwas, was ein rechtswidriges Organverhalten wäre. Das ist ein schwerer Vorwurf. Aber ich kann Ihnen nur sagen, natürlich gibt es immer wieder Fehlverhalten. Deswegen gibt es Gott sei Dank auch Gesetze und auch Einrichtungen, die diesem Fehlverhalten nachgehen. Die WKStA, das Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung etc. Aber es einfach so zu behaupten, wo Sie selber eine Vergangenheit haben, die Ihre Glaubwürdigkeit vielleicht in Zweifel ziehen kann, das halte ich in einer öffentlichen Sendung für sehr problematisch. Sogar ein Akt, den Sie vorgesessen sind als Innenminister. Ich kürze das jetzt ab. Herr Bacher, jetzt ist es so, dass nach den Ausweisungen russischer Spione durch andere Länder schreibt das Profil nach Putins Angriff auf die Ukraine, wurde Österreich für Moskau noch wichtiger. Es gibt eben so ein investigatives Journalistenteam aus Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik und der Slowakei. Und es gibt sogenannte Wanderspione aus Österreich. Aber warum ist Österreich für Moskau noch wichtiger geworden, als der Angriffskrieg gestartet ist? Nun, es ist immer ein bisschen schwierig, zur aktuellen Lage natürlich Aussagen zu treffen. Aber ich schätze es einmal aus der historischen Perspektive so ein, dass, ich sage es einmal so, natürlich, wenn so etwas wie der Angriff auf die Ukraine vor ein bisschen mehr als zwei Jahren passiert, dann bedeutet das natürlich auch etwas für Sicherheitsdienste und besonders für Spionageabwehren. Sie sehen, okay, da gibt es eine Bedrohung. Das müssen wir uns jetzt genauer ansehen. Das könnte auch für uns problematisch werden. Dann werden solche Netzwerke natürlich ein bisschen, das schaut man sich genauer an, es werden mehr in Ressourcen investiert und so weiter. Hat man ja auch gesehen, dass es dann auch zu einigen Ausweisungen gekommen ist in verschiedenen Staaten. Und dann werden die Zugänge weniger. Ausweisungen bedeuten letztlich immer im Umkehrschluss, man hat der Spione enttarnt. Naja, es wird... In einer Art. Das ist das berühmte, ja, wie wird es immer formuliert, wenn ein Diplomat ausgewiesen wird, er hat Aktionen gesetzt, die mit seiner eigentlichen Funktion unvereinbar sind. Und mit seiner Funktion unvereinbar sind. Persona non grata ausgewiesen. Das klassische Vorgehen gegen jemanden, der bei einer Legalresidentur an einer Botschaft nachrichtendienstlicher Tätigkeit nachgeht. Zumindest, wenn der Gaststaat das so sieht. Und dann werden natürlich durch solche Maßnahmen die Zugänge weniger. Dann schaue ich, okay, sehen wir auch im Kalten Krieg, dann muss ich schauen, okay, was sind noch meine Zugänge? Welche habe ich noch zur Verfügung? Wo kann ich noch was machen? Und dann schaue ich, wo diese Zugänge vielleicht leichter möglich sind. Und dann, wie gesagt, wenn diese Nachforschungen dann ergeben, okay, in dem und dem Land kann ich, tue ich mir leichter, weil da sind meine Leute nicht so sehr im Fokus wie woanders, dann habe ich dort meine Zugänge. Könnte ein Beispiel sein, wenn man das so betrachtet. Herr Schliefsteiner, was sich die Menschen eben zu Hause, eine der wichtigsten Fragen ist für die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Sie haben vorher gesagt, es gibt keine Sicherheitskrise, aber es geht um Vertrauen. Die Partnerdienste aus dem Ausland, gibt es irgendeine Gefahr, was eben, wenn es um Terroranschläge usw. geht, dass wir Informationen nicht bekommen? Oder kann man das klar ausschließen? Weil auch zuletzt der CIA Russland gewarnt hat wegen des Terroranschlags und die sich natürlich gar nicht leiden können. Ich bin jetzt mal so froh, ich sage, klar ausschließen und absolut kann man nichts, aber mit einer Sicherheitsgrenze der Wahrscheinlichkeit, wie der Jurist sagt, glaube ich, kann man ausschließen, dass insbesondere im Zusammenhang mit Terrorismus, egal welchem extremen Spektrum er angehört, aber natürlich gerade dschihadistisch geprägter, deshalb jetzt Informationen nicht weitergehen. Hier gibt es, Sie haben es eh schon gerade angesprochen, also gerade auch in Extremkonfrontationssituationen, wie wir sie gerade zwischen den USA und Russland haben, normalerweise Warnungen. Und man muss, ohne jetzt zu positiven Klingen, auch fairerweise sagen, auch die russische Föderation hat Österreich immer wieder Hinweise gegeben. Wir haben sie eh sozusagen schon gehört, aufgrund sozusagen natürlich der tschetschenischen Community, die es in Österreich gibt, mit Elementen, die antidemokratisch oder dschihadistisch eingestellt worden sind. Also das funktioniert an sich. Aber natürlich, je weniger Vertrauen oder je weniger Kontakte da sind, desto schlechter kann so etwas funktionieren. Und ich glaube, es wird auch, weil der Herr Doktor das jetzt angesprochen hat, dem neuen Dienst gelungen sein, sozusagen Vertrauen aufzubauen, Kontakte herzustellen wieder. Und da geht es auch sehr viel um Zwischenmenschliches, soweit wir das auch aus Forschung wissen. Und von dem her glaube ich, dass es eine unmittelbare Sicherheitskrise ist. Aber, und das ist sozusagen mein Standpunkt, man wird jetzt einfach sozusagen auch, es wird jetzt die Zeit zeigen, wie gut es sozusagen den staatlichen Stellen in Österreich gelingt, sozusagen das Vertrauen, gerade bei den Partnern, aber auch bei der Bevölkerung, sozusagen aufrecht zu halten oder wieder herzustellen. Einzelne Menschen, wie der Journalist, der bulgarische Journalist Grocev, hatten gar kein Vertrauen mehr, obwohl sie 20 Jahre hier gelebt haben. Er musste vor einem Jahr dann in die USA fliehen. Es hat wirklich reale Auswirkungen dann, beziehungsweise kann es auch lebensgefährlich sein, was diese Spionagetätigkeiten betrifft. Es hatte reale Auswirkungen. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, Egisto Ott soll auf die nächste, aufs nächste Meldeamt gegangen sein und seinen Aufenthalt in Wien erfragt haben. Daraufhin wurde in Grocevs Wohnung eingebrochen und ein Laptop entfernt. Es gab auch einen ehemaligen FSB-Mitarbeiter, der aus Russland geflohen ist, sich in Zypern aufgehalten hat. Hier wurden einfach Bewegungsdaten recherchiert. Es wurde sein Alias-Name, also sein Tarn-Name, aufgedeckt. Auch der ist aus Zypern, als er dann gemerkt hat, dass er beobachtet, dass er verfolgt wird, ist er nach London geflogen. Ja, es hatte reale Auswirkungen. Herr Bacher, weil der Herr Otter natürlich alle Vorwürfe bestreitet, gemeint hat, dass er ausgesagt hat, dass diese Handys mit einem Fäustl, also mit so einem Mauerhammer, zerstört hat. Kann man das überhaupt? Ich sage jetzt einmal, das ist die Methode, die ein Handy und vor allem die Daten drauf jetzt nicht wirklich zuverlässig zerstört. Da braucht man schon andere Methoden. Also das ist technisch. Ich bin jetzt der technische Fachmann, in dem Fall. Aber so Daten zu zerstören, das wird nicht ganz funktionieren. Da muss man schon mit anderer Softwarelösung und auch mit einer anderen Hardwarelösung drüberfahren. Deshalb ist es schwer einzuschätzen. Aber ich sage es mal so, weil wir auch über die Laptops gesprochen haben. Wenn das wirklich so ist, dass solche speziellen, in dem Fall Sina-Laptops hier weggekommen sind, da sind ja die Informationen, die auf diesen Laptops sind, das eine. Die technische Seite der Laptops, das Gerät selbst, ist das andere. Das haben wir auch im Kalten Krieg. Wenn ich eine Chiffriermaschine, wenn ich ein Chiffriersystem irgendwo mir beschaffen kann, dann kann ich das ja viel, kann ich viel leichter es verstehen und kann auch viel leichter von meiner Seite versuchen, es irgendwie zu knacken, zu umgehen. Das heißt, die Informationen sind das eine, die Technik ist das andere. Was man sich fragt ist, was macht der russische Geheimdienst unter Umständen mit sieben Jahre alten Handydaten? Das ist sozusagen die Frage, was jetzt alles wirklich drauf war. Vielleicht waren sie am Ende auch wertlos. Das können wir nicht beurteilen in der Form. Aber natürlich, es kann sein, eine Netzwerkaufhellung. Wer hat mit wem Kontakt gehabt? Wer versteht sich mit wem? Wo gibt es vielleicht Feindschaften? Das kann ich ja vielleicht aus Chatverläufen, aus E-Mails, die nicht öffentlich gedacht waren. Und das haben wir jetzt wieder beim Thema herauslesen. Und wir haben es ja auch schon gehört, das berühmt-berüchtigte Kompromat, ich verwende jetzt bewusst den russischen Begriff, das könnte sich natürlich auch ergeben. Das müssen jetzt ja nicht nochmal irgendwie... Was bedeutet das? Also Kompromat ist Erpressungsmaterial. Also das ist, und das muss ja nicht, das muss man auch klar dazu sagen, das muss ja nicht einmal irgendwie strafrechtlich relevant sein. Das können ja nur Informationen sein, von denen ein Individuum nicht möchte, dass sie öffentlich oder bestimmten Personen bekannt werden. Es gab jetzt, wir haben sehr gelacht in Forscherkreisen, einen Bericht, die Russen haben das französische Paradox entdeckt. Es gibt sogenannte Honey Traps. Das heißt, sozusagen, ich verwende eine Dame, um einen Herren zu verführen. Das wird dann gefilmt und dann erpreisse ich den sozusagen damit, dass man das seiner Frau oder Dienstag, wie auch immer, bei den Franzosen haben die Russen festgestellt, das funktioniert nicht, weil die russischen Agenten haben gesagt, ist okay, meine Frau weiß das eh, sie versteht das, redet sie mit ihr drüber. Also, ob das jetzt breitmaßig aber sozusagen, es wurde so dargestellt und das können, aber es können auch ganz andere Dinge sein, wo nicht immer ein Fehlverhalten ist, das können Gesundheitsdaten sein und, und, und. Oder eben vielleicht auch einfach Dinge, auf die man jetzt gar nicht so unmittelbar denkt, wo aber gewiffte Operatoren, also Agenten, einen Zugang finden. Also, das ist relativ schwer zu beurteilen. Kleine Nachfrage, die Financial Times hat geschrieben, dass zwei Drittel aller Operationen, alle russischen Operationen tatsächlich in Wien stattfinden, also in Europa jetzt in Wien. Stimmt das? Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Das klingt mir aber ehrlich gesagt nach einer sehr hohen Zahl, auch wenn die anderen Staaten sehr viel ausgewiesen haben. Man muss jetzt sagen, es ist schon auch ein bisschen die Tendenz da, wie soll man sagen, Österreich jetzt sozusagen als das Eldorado oder heute sozusagen als komplett inkompetent. Und so glaube ich, ist es auch nicht. Also das war ja auch jetzt nicht als Angriff auf die neue Organisation gedacht vorher, sondern es ist jetzt schon auch ein bisschen auch, dass die Österreicher kriegen gar nichts auf die Reihe. Da könnte man auch diskutieren über ein paar Aspekte. Herr Peschon, Sie wollen eben, dass es Zugriff geben kann eben auf Messenger-Dienste. Wie schaut es mit dem Vorschlag aus, eben die Spionage-Gesetze zu verschärfen? Hier sagen Experten, dass das nicht wirklich was bringt. Was meinen Sie? Na, ich will da gar nichts. Also das einzige Bestreben, das mich seit meines Lebens als Verwaltungsbeamten begleitet, ist, dass man sachlich über etwas nachdenkt, die Denklogik einsetzt. Und ich habe es versucht vorhin zu erklären. Wenn man eine Straftat hat, dann muss man auch in der Lage sein, die Dinge aufzuklären. Weil sonst macht eine Verschärfung eines Deliktes ja keinen Sinn. Weil ich, dann finde ich nie jemanden, der dieses Delikt begangen hat. Und ich habe nur darauf hingewiesen, dass wir nicht mehr über zeitgemäße Fähigkeiten verfügen, also Befugnisse in der Rechtssprache, um dem nachzugehen. Übrigens, das Ganze passiert, und das hat mein Vorredner ja auch schon darauf hingewiesen, in einem ganz klaren Rechtsrahmen, gesetzlich, wo ich auch Möglichkeiten habe, nicht nur mich zu beschweren, wenn auch nachfolgend, weil es soll eine geheime Operation sein, sondern insbesondere auch eine ständige Überwachung einer Kontrollkommission, die die Tätigkeit dieses Dienstes immer, also fortlaufend überwacht. Also insofern sind wir natürlich in einer schwierigen Auseinandersetzung zwischen dem transparenten Rechtsstaat, auf der einen Seite, wo wir alles sofort sehen und wissen wollen, vor allem der, der verfolgt wird, und auf der anderen Seite bei der Notwendigkeit, dass ich natürlich bei solchen Operationen und Aufklärungsarbeiten letztendlich einmal es geheim machen muss. Der Ex-Leiter der Spionageabwehr in Berlin, der Helmut Müller-Engbergs, der hat im Journal Panorama, wo auch Sie waren, Frau Grammer-Schmidt, gemeint, je besser die finanzielle Disposition des Staatsdieners ist, desto mehr mag er möglicherweise an dem Loyalitätsgedanken festhalten, Beamter hin oder her, Kohle muss her, dann geht es Österreich besser. Ja, also dann, bravo kann ich nur sagen, dann müssen wir uns alle hinterfragen, also dann darf ich das auch vielleicht bei meinem Gehalt, ich fühle mich damit aber zufrieden und ich mache meinen Job sehr gerne und das sollte auch für alle anderen Staatsdiener gelten. Die Rahmenbedingungen muss man natürlich schaffen, vor allem auch im Hinblick auf die großen Herausforderungen, die wir auch mit der demografischen Entwicklung haben. Aber das ist ja schon, die ersten Schritte sind ja hier geschehen bei der DSN. Ich habe schon darauf hingewiesen, die besonderen Verdauungswürdigkeitsüberprüfungen, die dort stattfinden. Und natürlich muss sich der Staat als Ganzes darüber nachdenken, wie können wir loyale Mitarbeiterinnen an den Staat binden. Das ist ja auch immer eine Frage, wie ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit beleumondet werde, wenn ich höre, sofort den Reflex, die machen da etwas Rechtswidriges. Ich glaube, das wird selbst eine soziologische Untersuchung klar ergeben. Die Mehrheit der Leute verhalten sich nicht nur rechtsrichtig, sondern loyal gegenüber dem Staat. Und daran müssen wir arbeiten. Darf ich da kurz einhaken, vielleicht bei dem Gedanken? Ich glaube, dass Geld allein als Faktor ein bisschen zu kurzer Sicht ist. Besonders, wenn man das durch Human Intelligence betrachtet. Ich erinnere mich da an ein Interview, das ein CIA-Operator einer Investigativplattform gegeben hat. Operator heißt, jemand der Agenten, der Informanten im Feld für den Dienst führt. Und der hat zum Beispiel in dem Interview ganz, ganz klar angemerkt, wenn man Leute anwirbt, sagt er ganz ehrlich, macht das über alles, nur nicht über Geld. Warum? Weil Geld einfach eine sehr zweifelhafte Loyalität erzeugt. Weil die Loyalität hält so lange, bis die Gegenseite mehr zahlt. Und das ist einfach nicht zuverlässig. Da gibt es andere Faktoren, wie der Kollege schon angesprochen hat, ideologische Faktoren kann ihn zu Treffen führen, ich kann sein Ego ansprechen. Es gibt ja auch ein ganz anderes Modell, das vom Operator ausgeht. Rascals heißt das. Das ist noch viel diffiziler. Aber Geld alleine wird so eine Loyalität, wie ich sie brauche, gerade wie ich sie in einem Nachrichtendienst brauche, wo es um wirklich Vertrauen, um persönliches Vertrauen zwischen den Leuten geht. Da wird Geld allein nicht der einzige Faktor sein, mit dem ich das erreichen kann. Strengere Gesetze in der Spionage hilft das. Siegfried Bär hat im Interview in der Zeit gesagt, das wird nicht helfen, weil man eben nicht alle überwachen kann. Das ist sicher ein Aspekt, ich glaube das nicht, dass man alle überwachen kann. Mein persönlicher Standpunkt zu dem ist, was vor allem diese Verschärfung des § 256 betrifft, respektive, momentan ist hier nur sozusagen ein geheimer Nachrichtendienst zu Schaden der Republik oder zum Nachteil Österreichs, wie es richtig heißt, strafbar und sogar andere Staaten und gegen internationale Organisationen. Die Forderung gibt es schon länger. Ich muss gestehen und ich traue Ihnen das grundsätzlich zu, aber ich bin gespannt, welche Lösung die Logistik des Justizministeriums hier findet, denn wir reden jetzt immer vor allem von der russischen Föderation und dann gibt es auch andere Staaten wie den Iran, die Volksrepublik China, Nordkorea, da wo man alles sagt, die sollen hier nicht spionieren. Faktum ist halt, dass natürlich auch Partnertienste und europäische Staaten, die in der EU sind, in Österreich Aufklärungsarbeit, so nennen wir das, wenn wir über Freunde reden, sozusagen leisten und es ist aus meiner Sicht dann die Situation gegeben, dass wenn man jetzt sagt, okay, ich füge jetzt einfach ein gegen andere Staaten, ist auch illegal, dann wäre es auch, wenn zum Beispiel die Amerikaner, die Briten, die Franzosen, die Deutschen, gegen die Russen in Wien arbeiten würden und spionieren, wären die theoretisch auch strafbar. Genauso, wenn die, ich sage jetzt mal wirklich bewusst, Aufklärungsarbeit gegen internationale Organisationen. Und um ehrlich zu sein, auch ich kenne den Strafakt nicht, aber im Fall Ott scheint mir jetzt nicht die Gesetzeslage das Grundproblem gewesen zu sein. Von dem her, man kann das sicher diskutieren und andenken. Der zweite Aspekt wird aber sein, es wird dann wahrscheinlich wesentlich mehr Personal und Ausstattung brauchen. Und das mitzudenken und mitzufinanzieren, weiß ich nicht, ob die Bereitschaft dann da ist. Eine letzte Frage an Sie, Frau Grammerschmidt. Der Herr Otter hat ja gesagt, dass er sich beruft aufs Redaktionsgeheimnis und deshalb eben diese SIN-Laptops, das sind eben diese ganz speziellen Nachrichtendienstlichen oder Geheimdienst-Laptops. Ist sowas überhaupt möglich und dann keine Auskunft mehr geben muss? Der Paragraf 31 des Mediengesetzes regelt das Redaktionsgeheimnis. Das besagt im Wesentlichen, dass, wenn an Journalisten Informationen herangetragen werden, dass man gegenüber Behörden nicht öffentlich machen muss, wo diese Informationen herkommen. Das gilt natürlich für herkömmliche Medienhäuser, aber auch für freie Journalisten, sofern sie publizieren. Das heißt, einen Podcast, einen Blog, was auch immer. Also sie müssen die Informationen, die sie haben, auch nachweislich publizieren. Und so viel ich weiß, hat der Herr Otter eigentlich nie etwas publiziert. Insofern bin ich ein bisschen, also glaube ich nicht, dass sich der Dreh ausgeht. Da wird da kurz eine amüsante, die Erklärung vom Herrn Otter, 2021 ist er verhaftet worden, hat sich gewehrt gegen die ehemaligen Kollegen und dann war ein Zack-Zack zu lesen. Er hat geglaubt, das ist ein iranisches Killerkommando, dass er über ihn herfällt und deshalb habe er sich gewehrt. Also ich habe den Eindruck, er hat eine gewisse Kreativität, was seine Rechtfertigungen betrifft. Das steht ihm auch als Beschuldigter zu. Ein Zitat von Michael Herman, Sie haben mir das erzählt, das größte Problem in der Spionage, wir haben es heute auch schon gehört, ist der menschliche Faktor. Diese Staatsaffäre wird alle Beteiligten noch sehr, sehr lange beschäftigen. Danke für die Diskussion. Ihnen zu Hause fürs Zusehen, reden Sie darüber. Nach uns sehen Sie den Doc-Film Fiaka, ein echtes Wernerkind. Ein Film von Uli Gladig. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020